Und ich geh mal weiter in den nächsten Raum. Ja, klar, sie ist genauso stark finster. Och Leute. Sag mal, was habt ihr denn alle dagegen, dass ich die Prinzessin rette? Hm? Ich will sie euch nicht wegnehmen. Ich will sie halt nur dorthin bringen, wo sie sicherer ist. Bei mir zu Hause. Du kleine Saftnagel. Stirb einfach. Komm, oder flieg runter. Noch besser. Jetzt hast du mir sogar noch eine kleine Freude gemacht. Das ist doch auch schön, oder? Komm, flieg du auch gerade runter. Komm, flieg runter, ohne dass ich dir was tue. Das wird mir auch gefallen. Hey, noch mehr Leben, Sophie. Jetzt läuft's doch mal. Puh, noch ein Herzchen, noch ein kleines Herzchen. Oh, 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 oh. Fuck. Oh, noch ein halbes Herz. Scheiße. Immer noch ein halbes Herz. Jetzt muss ich aufpassen. Fuck. Scheiße. Aber hey, ich bin schon weit gekommen. Speichern und weiter. Komm, renn mal wieder hoch. Komm,德. Komm, renn mal wieder hoch! Ich bin ein halbes Herzchen. Okay. Du hast growth. Heute hat er ein halbes Herzchen. Eначе geht es gut. Ich bin ein halbes Herzchen. Und nicht etwas armopht twentyて. Das tut gut heraus. Ich bin ein halbes Herzchen. Ihr sollt sterben, nicht ich. Ja, natürlich speichern wir weiter. Was denn sonst? Ich bin ja noch nicht fertig. Ich hab die Zelda ja noch nicht wieder. Und die brauche ich doch. Weil bei mir siehts aus wie Sau, da muss mal wieder jemand aufräumen. Deswegen brauche ich sie. Ich mein für sonst kommen sie ja nicht, nicht wirklich für was gebrauchen. So lässt sich ja alle Nasen lang entführen. Was will man mit so einer? Nicht sehr viel, würde ich mal jetzt sagen. In meiner frechen Behauptung. Nein, 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 ihr kriegt mich nicht, ihr kriegt mich nicht. Nein, nein, nein. Sag ich doch, ihr kriegt mich nicht. Da bekomm ich das wieder auch irgendwie. Jeder hört sich lustig an. Hallo und tschüss. ich soll jetzt mal hier geht es jetzt wieder schweiß jetzt dachte ich schon sieht ja aus wie eine reeling über die reeling Ja, deine magischen Kräfte reichen nicht aus. Danke, du mich auch. Ha. So, jetzt reichen sie wieder aus. Was sagst du nun? Nichts mehr. Umso besser. Habe ich meine Ruhe. Ja, guck dich nur um und renn mir derzeit nicht mehr rein. Gefällt mir sehr gut, muss ich schon sagen. Und dass du mir Herzchen und Geld dalässt, finde ich auch wunderbar. Dankeschön. Du bekommst zu Weihnachten oder an einem beliebigen Feiertag deiner Wahl eine Karte von mir. Hallo? Stirb. Brav. Bip, bip. Mir gefällt das Piepsen. Einige mögen es nervig finden. Mir gefällt's. Scheiße. Den habe ich jetzt nicht ganz gesehen. Verdammte Kacke. Aber weiter geht's. Aus so blöden Fehlern lernt man. Sonst nicht zu klein. So blöden es doch früher oder später jedemal. Als er das erste Mal hier vor dem Zelda gesessen hat, oder? Gut, wahrscheinlich mit weniger blöd dran stellen, als ich jetzt hier habe. Das ist ja nicht offen. Auf jeden Fall, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ist das Spiel halt nach wie vor immer noch blind und das wird es auch weiterhin bleiben. Ja, ich weiß, meine Ausrede für alles. Hey, der Spiel ist blind. Hey, ich kenn' das Spiel nicht. Komm, heil mich, Süße. Brav. Danke dir. Gut, ich hätt's jetzt eigentlich auch können einfangen. Aber egal. Bei den Fehlern kann ich nicht widerstehen. Die muss ich dann einfach bewusst haben. Luch, was ist jetzt mit meinem Schwert los? Äh, ja. Hallo, warum hat mein Schwert gerade Blitze geschossen? Ist das jetzt ein Blitzschwert? Das ist ja mal geil. Das ist ja mal sehr geil, ganz ehrlich.